Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Shooter-Tutorial. Ja, ich weiß, es ist schon gefühlt Jahre her, dass wir an diesem Ding hier gearbeitet haben. Aber ich habe, wie versprochen, in Offscreen den Rest hier noch beendet, sodass es so halbwegs ordentlich jetzt sich hier bewegt. An manchen Stellen ist es trotzdem hier noch ein bisschen zu viel. Aber ich denke, ich lasse das trotzdem so, da die Beine sich eh nicht so extrem bewegen werden, dass das wirklich sichtbar ist. Wichtig ist mir, dass hier mal auch noch der hier einfach gemacht werden kann, ohne größere Probleme. Allerdings gibt es da ein größeres kleines Problem. Warte, wir ziehen nochmal nach oben. Und da bleibt einfach ein bisschen was am Boden hängen. Das sollte man vielleicht nochmal fix abändern, bevor wir den hier animieren. Das heißt, wir brauchen hier Add, hauen das einfach mal auf volle Kanne und ziehen das hier einfach mal komplett rein durch. So, ich denke, das reicht. Hier hinten nehmen wir wieder ein bisschen was weg. Das sollte gehen. Wir biegen den also nochmal nach oben. Jetzt bleibt nichts mehr so richtig hängen. Wartet mal. Da ist noch was. Wir nehmen das einfach mal so, wie es ist. Gehen in den Weight Paint Modus und malen das hier noch an. Und schon ist es weg. So, jetzt sehen wir es auch richtig. So sollte es ungefähr sein. Okay, dann gehen wir wieder zurück in den Post Mode. Post Mode, da ist er. Und bewegen den einfach wieder hier runter. Ja, jetzt gehen wir zum Animationsmenü. Und wir brauchen natürlich erstmal wieder eine Idle-Vorlage. Wir selektieren einfach mal alle Knochen. Und drücken einfach I. Block und Road. Also wir wollen jetzt nur die Location und die Rotation von diesen Sachen halt selektieren. Einfach die Größe nicht, denn ich weiß nicht, wie groß es am Ende im Spiel sein wird. Dementsprechend ist es wahrscheinlich sinnvoller, das erstmal nicht als K mit einzufügen. So, ich würde einfach den hier machen. So. I, Block Road. Seht ihr das? Jetzt bewegt er sich so ein ganz klein wenig nach oben, wie als ob er atmen würde. Und wir setzen ihn einfach wieder auf den Standard K zurück. Indem wir das hier selektieren, Shift und D und dann auf die 20 setzen. Wir müssten das hier mal ranzoomen. Ja, ein bisschen größer. Einfach mit dem Mausrad, wer es nicht kennt. Wir selektieren mal die beiden Sachen, schieben die einfach mal ein Stückchen weiter nach da. Selektieren das hier. Einfach mit Shift und Alt. G und so. Und dann haben wir jetzt die Animation ungefähr so hier. Geben hier einfach mal 40 ein und schauen uns das mal an, wie das geloopt aussieht. Ja, das ist so ein kleiner, leicht atmender Kerl. Das ist voll okay. Ja, können wir mal so lassen. Sieht ein bisschen lebendiger aus, als wenn er einfach nur doof rum steht. So, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir auf die 50 und 70. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir einfach denen das Laufen beibringen. Dafür werden wir hier erstmal das Ganze nach hinten bewegen ein wenig. Hier ein wenig nach vorne. Was ich immer ein Problem habe, ist das richtige Laufen von Kreaturen, die mehr Beine haben als Menschen. Das ist nämlich immer nicht ganz so einfach. Weil du weißt nie, was du mit dem Bein hier machen sollst. Aber ich setze es auch mal noch ein Stück nach vorne. Und das hier ein Stück nach hinten. So. Jetzt selektieren wir das einfach mal und machen mal hier an der Stelle. Fuck. Ja. Es passiert auch den Besten, dass sie mal vergessen, den K an die richtige Stelle zu setzen. Ich weiß nicht. Natürlich, wenn du jeden Tag animierst, dann ist das was anderes. Aber wenn du halt nicht jeden Tag animierst, dann kann man sowas schon mal vergessen. Und dann darfst du den ganzen Mist nochmal machen. Ist natürlich nicht geil. Vollkommen verständlich. Aber ist dann halt so. So. I log road. Und das machen wir jetzt einfach nochmal in die entgegengesetzte Richtung. L und x. So. L und x. 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 I log road. So. Shift und d. Und wir ziehen es hier auf die 70. Dann schauen wir uns das mal an. Und dann schauen wir uns das mal an. Es sieht so aus, als ob der läuft. Würde ich mal sagen. Machen wir einfach mal den Test hier so. Schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht eigentlich ganz okay aus. Würde ich sagen. Hier vorne wird irgendwie noch ein bisschen viel mitbewegt. Aber das sieht man eh nicht, weil man gerade vielleicht so hier drauf guckt. Aber ich sehe, hier wird ein bisschen zu viel bewegt. Ich weiß nicht, durch welchen Knochen das passiert. Aber das ist echt uncool. Wir schauen uns das mal an. Das ist an dieser Stelle hier. Gehen wir einfach noch mal in den Weight Paint Modus. Und schauen uns das hier mal an. Das ist schon der Übeltäter. Das heißt, wir müssen jetzt hier vielleicht noch mal in den Default Modus. Und hier einfach auf Subtract. Und das hier wegmachen. Damit das nicht so scheiße aussieht. So, unten interessiert uns nicht. Weil im Prinzip unten, das kann eh keiner sehen. Aber jetzt können wir noch mal in den Animation Modus. Object Modus. Und einfach mal laufen lassen. Ein bisschen was wird da immer noch bewegt. Gehen wir noch mal in den Weight Paint Modus. Das ist halt das Blöde bei so zusammengesetzten Figuren. Wenn du die mit einem Armature versiehst. Ist das halt doch ein wenig ungünstig. Wir aktivieren mal wieder. Das hier. X-Ray. Dann gehen wir in den Weight Paint Modus. Und jetzt schauen wir uns mal um. Was das hier wohl verursacht. Ja, es war das Beinchen hier. Wenn ihr zwischen dem Beinchen hin und her klicken wollt. Einfach mit einem Rechtsklick könnt ihr da hin und her. Es ist manchmal halt so wirklich gerade, was hier das Problem ist. Da ist noch irgendwas, was mich stört. Und jetzt ist die Frage hier. Hier ist noch ein bisschen. Und hier ist auch noch ein bisschen. Ach ja, es ist ein Spaß. So, jetzt hände ich alles weg. Das kann noch passieren. Gehen wir mal wieder zurück auf die Armature X-Ray. Und dann gehen wir wieder in den Animationsmodus. Schauen uns das einfach mal an. Ja, ich denke, dass hier oben das kann man vielleicht noch verkraften. Oder? Ja, ich gucke nochmal. Ach, das ist ein Scheiß. Wartet, 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 das müsste der hier sein. Hier geht auf jeden Fall noch was hoch. Und das stört irgendwie. Und ich habe natürlich schon wieder beim Armature das X-Ray rausgenommen. Ach ja, sehr schön. Da sollst du bleiben. Irgendwie schaltet es jetzt immer falsch um. Gehen wir mal wieder hier rein. Ach so, weil es nicht im Post-Mode ist. Deswegen. Die Armature muss im Post-Mode sein, damit man das einfach so hinterher schalten kann. Ah, du warst das noch. Und du. Und auch du. So. Jetzt aber, verdammt nochmal. Ich will jetzt endlich, dass das in Ordnung ist. Gucken wir es uns an. Ja, jetzt. Hier die leichten Bewegungen, die können wir verkraften. Aber jetzt bewegen sich die Füße auch wie sie sollen. Bisschen lustig, finde ich. Aber das ist ja nicht zwingend ein Problem. Wie gesagt, Super 4 sieht man es nicht. Aber von oben sieht man es. Und da sollte es halbwegs okay sein. So, wir haben Laufen. Wir haben den Idle-Modus. Jetzt ist die Frage. Eigentlich will ich, dass das hier ein Fernkämpfer wird. Aber man könnte noch sich überlegen, dass man vielleicht einen Nahkampfangriff macht, wenn man als Spieler dem Vieh zu nahe kommt. Der dann aber nicht ganz so viel Schaden macht. Aber dass man als Spieler halt auch die Möglichkeit hat, dass wenn man nah an die Viecher rankommt, die einen nicht mehr direkt angreifen, weil die halt eher so Flächenschaden machen. Und dementsprechend selbstverständlich nicht sich selbst treffen wollen. Oder halt Kameraden oder ähnliches. Da müssen wir mal schauen. Und dass man dann halt vielleicht noch so einen direkten Angriff macht, wäre natürlich auch echt cool. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach hier noch eine 80. Dann eine 100. Und dann machen wir einfach hier einen sinnvollen Angriff. Dafür müssten wir hier mal wieder die erste Position rausholen. Und dann Shift-D ziehen wir einfach mal hier her. So. Und von dieser ersten Position aus gehen wir einfach, wenn wir hier den X-Ray wieder anmachen, hier auf die 90, bewegen wir uns einfach hier so ein Stück hoch. Ich denke eigentlich schon, das reicht fast. Ich würde ihn vielleicht nochmal ein bisschen vorspringen lassen. Hier so ungefähr. Und jetzt machen wir einfach A, I, Lockwood Scale. Der springt dann so nach vorne und soll dann aber auch wieder zurückkommen. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal noch die Idle-Position nochmal hier hersetzen. Und jetzt gucken wir uns an. Der greift uns hier an. Sieht okay aus. Kann man so lassen. Das ist so der Nahkampfangriff. Und ich weiß nicht, ob wir den Fernkampfangriff groß wirklich noch darstellen müssen. Wobei, es wäre vielleicht ganz gut, wenn er da so ein bisschen einen Buckel macht. Denn der Fernkampfangriff besteht dann eh hauptsächlich daraus, dass er halt irgendwelche Partikel verschießt und die dann den Spieler treffen. Dementsprechend sind wir jetzt hier wieder in der normalen Ausgangsposition. Machen wir einfach mal I, Lockrod. Und jetzt bewegen wir uns halt ähnlich wie beim Idle. So ein bisschen krumm. So ein Stück nach unten. Das hier ein Stückchen nach oben. So. Und Dann würde ich vielleicht nochmal alles selektieren. Und ein Stück nach oben ziehen. So. Da werden die Spikes zwar interessanterweise kurz ein wenig kleiner. Weil anscheinend manche Spikes nicht so richtig von den Knochen mit bearbeitet werden. Aber das ist auch nicht so wild jetzt gerade. Denn das sieht eigentlich nach einem ziemlich lustigen Effekt aus. Ja. Ich würde einfach sagen, wir machen einfach nochmal I, Lockrod. Gucken wir uns das an. Der geht nach oben. Und dann soll er einfach wieder zurück nach unten gehen. Es ist eine relativ einfache Bewegung. Aber Ups. So. Machbar. So. In dem Moment schießt er halt kurz seine Stacheln ab. Ich glaube, ich würde das sogar noch ein bisschen länger ziehen, damit er einfach ein bisschen mehr Zeit hat. Dann sagen wir mal, wir machen das einfach mal bis zu 150. Und verschieben die beiden Dinger hier ein Stückchen. So. G und rüber. So. Wobei, ich denke mal, wir machen zuerst eine schnelle Bewegung und lassen ihn dann relativ langsam wieder zurückgehen. Ja, genau so. Das sieht eigentlich schon wieder cool aus. In dem Moment schießt er halt seine Stacheln raus. Das wird dann halt ein Partikelsystem, was dann nach oben schießt. Aber jetzt können wir einfach mal wieder auf die Null zurückgehen und schauen uns das einfach mal alles an. Er atmet, er läuft, er greift kurz an und dann macht er seinen großen Schuss. Das ist halt so das Artillerie-Monster, was dann halt großflächig irgendwelche Nadeln verschießt. Wird eigentlich ziemlich witzig, würde ich sagen. Ja, damit wären wir eigentlich schon wieder fertig mit dem Animieren. Soweit ich weiß, brauchen wir jetzt nicht noch eine andere Animation. Denke ich mal. Brauchen wir noch eine? Nö, denke ich nicht. Okay, dann wäre das auch geschafft. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.